Servus zusammen, wir haben hier wieder auf der internationalen Jagdenschutzentage auf Schloss Brunau wieder eine Walther PDW. Allerdings in einer kleinen Upgrade Version. Wir haben jetzt eben hier die UR Pro SD. Der Name sagt es eigentlich Optic Ready und SD. Und als kleiner Fotos oben drauf haben wir das Magazintrichter. Also ich sag mal, so ziemlich alles was man, wenn man taktisch cool sein will, hat man hier standardmäßig mit dabei. Deswegen von Werk aus super geiles Package. Das war's schon mit der Info. Bis dann!